Herzlich Willkommen! Wir sind die Gruppe Sildia aus Hamburg, Berlin und Otter. Ja, das ist bei Hamburg. Wir machen traditionelle Musik, traditionelle Musik unter anderem aus Deutschland, aus deutschen Tanzmusikquellen des 17. und 18. Jahrhunderts. Aber wir haben auch Neukompositionen im Programm. Wir spielen auch die traditionelle jüdische Musik, die wir auch als Klassenmusik kennen. Und ich, der ich aus keiner Tradition wirklich komme, verbinde das harmonisch und rhythmisch und breche ab und zu mal ein bisschen aus aus der Tradition. Musik Musik Wir wünschen viel Freude mit unserer Musik. Musik 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 Musik